Knalltrauma-Feuerwerk direkt in euer Herzen. Wir sind hier in Brandsburg. Silvester. Ihr seht hier die Chipolla-Kette. Ich habe hier lediglich F2-Artikel miteinander verbunden. Aber ich denke, das wird trotzdem heftig. Ich mach mal ein paar Trick-Tacks. F2-Artikel. Vorsicht! Ja, stimmt. Stimmt, die waren auf jeden Fall... Sahen die blitzartig aus, ne? Ja, ein bisschen. F2 aber mit Blitz, komisch. Das war's. Das war's.